Es könnte endlich soweit sein und wir bekommen wirklich unseren allerersten Solo-Hulk-Film mit Mark Ruffalo, den wir uns so sehr gewünscht haben. Denn es sind wieder ein paar neue Infos aufgetaucht, die uns möglicherweise verraten könnten, was in der Zukunft mit Hulk passieren wird und genau diese werden wir heute im Video besprechen und was es eben damit auf sich hat, dass Hulk jetzt einen Solo-Film bekommen könnte. Ich freue mich natürlich wieder, dass ihr eingeschaltet habt, Friends, und für alle, die gerade neu auf diesen Kanal getreten sind, vergesst nicht ein Abo dazu lassen, damit ihr die zukünftigen Videos rund um das MCU nicht mehr verpasst. Denn die nächsten Tage wird wieder sehr viel los sein, unter anderem soll es heute auch noch um Deadpool im MCU gehen, als auch einen neuen Black Widow Trailer. Also Freunde, kommen wir jetzt mal zu der ganzen Hulk-Sache. Was hat es denn damit auf sich? Die meisten von euch sollten eigentlich die aktuelle Lage von Hulk mitbekommen haben, beziehungsweise ihr solltet wissen, was denn überhaupt mit Hulk im MCU abgeht und wie er eben im MCU aufgeteilt wird. Die Kurzfassung der ganzen Sache ist einfach diese, dass Disney, beziehungsweise Marvel Studios noch nie wirklich die Rechte an Hulk hatte und somit es ihnen verboten war, wirklich auch Hulk-Filme zu produzieren. Hier sei auch wirklich gesagt, dass es hier um einen Solo-Hulk-Film geht, beziehungsweise allgemein Filme, in dem Hulk die Hauptrolle trägt. Die Rechte von dem Hulk lagen bis jetzt noch nie bei Disney oder Marvel Studios, sondern immer bei Universal. Universal Pictures hat das einzige Recht, mit den Hulk-Filmen auch wirklich Geld zu verdienen. Doch hier sieht der Vertrag, beziehungsweise die Einigung zwischen Disney und Universal schon spezieller aus, als wie sie jetzt zum Beispiel zwischen Disney und Sony aussieht, um Spider-Man zu benutzen. Marvel hat nämlich fast die komplette Freiheit mit Hulk, und zwar können sie Hulk immer wieder in ihren Filmen zeigen, so oft sie möchten alle Inhalte von mit ihm auch einbringen, jedoch ist es ihnen wirklich nur verboten, einen Hulk-fokussierten Film zu produzieren. Denn auch wenn Marvel so gesehen die Rechte zu Hulk hat, ist es, was ein Solo-Film angeht, so geregelt, dass nur Universal selbst diese Filme verteilen darf, was somit auch heißt, dass, wenn wir heutzutage einen Hulk-Film haben würden, Disney nichts daran verdienen würde. Und natürlich würde man ja keinen Film produzieren, bei dem man wirklich 0% Umsatz hat. Genau dieses Problem, was uns einfach daran hindert, wirklich richtig gute Hulk-Stories im MCU zu bekommen, könnte bald wirklich aus der Welt geschafft werden. Denn einer der zuverlässigsten Quellen im ganzen MCU, wenn es um Leaks und so weiteres geht, hat dazu etwas Neues bekannt gegeben. Und dies wäre, dass er von einer seiner zuverlässigsten Quellen gehört hat, dass Marvel Studios und Universal ein neues Abkommen geschaffen haben, beziehungsweise Marvel Studios einen Weg gefunden hat, um die Rechte von Hulk zu ergattern. Und das sind wirklich sehr, sehr große Schritte. Hierbei geht es aber auch nicht nur um Hulk, sondern auch um Namor. Das sind nämlich diese zwei großen Charaktere, die eben bei Universal gesteckt haben, was die Solo-Filme angeht, und jetzt höchstwahrscheinlich wirklich endlich ins MCU kommen können. Und es gibt auch wirklich schon sehr, sehr viele Indizien außerhalb dessen, die uns schon sowas vorausgesagt haben könnten. Mit den Rechten vom Hulk kommt ja, wie gesagt, ja auch die Rechte für einen Namor-Film. Aber hierbei möchte ich das Thema mit Namor schnell abschließen und schon mal auch dazu sagen, dass es relativ auch unwahrscheinlich ist, dass wir in naher Zukunft noch einen Namor-Film bekommen werden, beziehungsweise ein richtiges Namor-Franchise, da Namor wirklich relativ ähnlich zu Aquaman ist. Und da Aquaman bereits erschienen ist von DC und auch relativ gut angekommen ist, wäre es glaube ich auch nicht die allerbeste Option von Marvel, jetzt auch selbst ihren eigenen Aquaman mit reinzubringen in einem Solo-Film. Und dieser Charakter wird, denke ich mal, einer dieser sein, der separat einfach als eine Nebenrolle in einem anderen Film bekommen wird. Sei es jetzt in einem Black Panther-Film oder in einem Avengers-Film, wo er seinen ersten Auftritt haben wird. Kommen wir wieder zu Hulk. Was die ganze Hulk-Sache angeht und wie es mit den Rechten von diesem aussieht, dazu wissen wir offiziell natürlich noch nichts. Deshalb verharrt euch nicht zu sehr an dem Gedanken, aber die Chancen stehen wirklich sehr, sehr hoch, dass es wirklich so sein wird. Offensichtlich wird alles doch im Hintergrund gehalten. Wir wissen ja auch nur alles, was jetzt in Phase 4 passieren wird. Und bis wir wirklich eine richtige offizielle Anerkennung des Ganzen bekommen werden, wird es wahrscheinlich noch bis zur Phase 5 Minimum dauern. Jedoch, wie gesagt, gibt es viele Andeutungen schon von Marvel selbst und dessen Schauspielern, als auch im Hintergrund agierenden Personen, die uns schon darauf hingedeutet haben. Ein sehr, sehr großer Faktor hierbei wäre Mark Ruffalo selbst, der Schauspieler von Hulk. Und von diesen haben wir die letzten Monate und Wochen auch schon sehr, sehr vieles mitbekommen. Und zwar, dass er eben gerade dabei ist, mit Kevin Feige selbst noch mal sich ein paar neue Storystränge auszudenken, die wir in Zukunft des MCUs benutzen können, um die Geschichte des Hals fortführen zu können. Was schon mal fantastische Nachrichten sind. Das ist also sozusagen schon mal unsere indirekte Bestätigung dazu, dass der Storystrang von Hulk wirklich weitergehen wird und dass man sich wirklich etwas Gutes für ihn aussucht. und der nicht einfach dembei jetzt einfach im MCU existieren wird, während andere Helden neue Abenteuer erleben. Wir wissen ja, nach Avengers Endgame hat er diese schlimme Armverletzung bekommen, dadurch, dass er den Infinity Gauntlet benutzt hat, die sozusagen jetzt auch permanent ist. Aber das Ganze kann natürlich im Laufe der Geschichte noch geheilt werden. Was das angeht, dazu habe ich auch schon mal ein genaueres Video gemacht. Das könnt ihr euch auch gerne nach diesem Video anschauen. Für jeden, der bei euch noch starke Bedenken hat, dass Hulk jetzt einfach weggeworfen wird, das wird auf gar keinen Fall. Dafür ist Hulk einfach viel zu wertvoll und viel zu beliebt. Er macht halt wirklich einfach viel zu viel Geld. Und wenn sie erstmal Rechte für einen Solo-Hulk-Film bekommen, werden sie diesen auch definitiv früher oder später machen. Für diese Verletzung von Hulk wird also früher oder später noch eine Lösung gefunden. Bis dahin wurde uns halt auch schon gesagt, dass in der Zwischenzeit Hulk einfach eine etwas kleinere Guru-Rolle sozusagen einnehmen wird, um unsere Helden eben in verschiedenen Situationen aushelfen zu können, beziehungsweise ganz neue Helden in diese ganze Welt einzuführen. Was für Geschichten uns also noch in der Zukunft erwarten werden, das ist noch sehr, sehr offen. Wir wissen eben nur von Mark Ruffalo selbst und Kevin Feige, dass sie wirklich richtig Lust haben, zu Hulk nochmal viele coole neue Dinge zu machen. Mark Ruffalo selbst sehr, sehr motiviert, einen Hulk-Film zu drehen. Und um euch nochmal einen kleinen Vorgeschmack zu geben, was uns wahrscheinlich auch erwarten wird, wenn wir einen Solo-Hulk-Film bekommen, da hätten wir zum Beispiel Hulk vs. Wolverine. Wolverine ist nicht nur ein Charakter, der zum allerersten Mal aufgetreten ist in Bezug mit Hulk, sondern eben genau dieses Szenario wurde auch schon mal erwähnt in einem Interview zusammen mit Mark Ruffalo, in dem er auch gesagt hat, dass er wirklich Lust hätte, einen Hulk vs. Wolverine-Film irgendwann mal zu drehen. Theoretisch gesehen könnte so ein Film wirklich Ende der fünften Phase auftreten. Wird diese Phase sein, die nochmal die komplett neuen Franchises etablieren wird, also die Haupt-Franchises, die Marvel von 20th Century Fox bekommen hat, so würde man mit diesem Film Hulk seinen ersten Solo-Film vielleicht geben, als auch nochmal Wolverine mit einführen in das MCU. Was aber definitiv im MCU auftreten wird, beziehungsweise auftreten muss, wäre einfach World War Hulk, weil das wohl einer der coolsten Geschichten ist, die ich gerne von Hulk selbst onscreen sehen würde. Obwohl das schon nicht mehr wirklich ein Solo-Film wäre, sondern einfach ein riesiges Avengers-Event. Ganz ehrlich, ich kann mir sogar vorstellen, dass ein World War Hulk-Film genauso beliebt sein kann wie ein Avengers Endgame. Wer will bitte nicht sehen, wie alle Avenger gegen einen Hulk kämpfen müssen, der nahezu unstoppbar wirkt. Aber bis dahin wird es offensichtlich noch sehr, sehr lange dauern. Was aber die komplette Lage angeht, die wir gerade überhaupt besprochen haben, dazu bin ich wirklich sehr, sehr optimistisch. Kommen wir zum zweiten Thema des Videos und dies wäre auch schon ganz schön abgehandelt. Und zwar geht es hierbei um Deadpool 3. Deadpool 3 ist jetzt wirklich offiziell bei Marvel Studios in Entwicklung, da Ryan Reynolds uns vor kurzem ein offizielles Statement dazu gegeben hat, wie die Lage zu dem ganzen Film gerade steht. Eigentlich war es ja schon so gut wie klar, dass Deadpool 3 bestätigt ist und wir diesen Film auch bekommen werden. Jedoch, was hier nochmal ein bisschen interessanter ist, ist eben, wo das Ganze jetzt wirklich produziert wird. Und zwar ist das ganze Team, was damals bei Deadpool 1 und 2 mitgearbeitet hat, jetzt umgezogen. Und zwar sind sie jetzt bei den Headquarters von Marvel Studios. Das heißt, sie arbeiten wirklich dort an dem gleichen Arbeitsplatz, wo auch die ganzen Pläne für das MCU geschmiedet werden und dort die ganzen Produktionen dafür stattfinden. Deadpool 3 wird also wirklich richtig in das Marvel Studios Kosmos integriert, also das, um das sich auch Kevin Feige wirklich hegt. Sozusagen wurde das Deadpool-Franchise jetzt wirklich im Nest aufgenommen. Aber wie Deadpool 3 jetzt aussehen wird, beziehungsweise wie Deadpool 3 mit dem MCU spielen wird, wissen wir noch nicht genau. Man kann denke mal schon sehr, sehr sicher sagen, dass Deadpool 3 natürlich die ganzen Events, die im MCU abgehen, erwähnen wird und mit diesen auch spielen kann. Jedoch, ob Deadpool auch mit den Charakteren auftreten wird, die wir aus den MCU-Filmen kennen, ist immer noch eine Sache, die sehr, sehr unklar ist. Man wird mit Deadpool 3 sicherlich sehr, sehr viele Freiheiten haben. Man wird viele Witze rund um die Avenger reißen und so weiter und so fort. Als wäre der Film wirklich Teil des MCUs, was schon mal eine riesengute Sache ist. Jedoch wird uns die Zukunft noch zeigen, inwiefern er auch integriert sein wird mit dem MCU. Somit sind wir auch bei dem letzten Thema für heute angekommen und das widmet sich Black Widow. Es ist ja jetzt schon wieder ein bisschen länger her, dass wir den Black Widow-Trader bekommen haben, weshalb es vielleicht wieder Zeit wird für etwas Neues. Und für alle, die sich jetzt auf Black Widow freuen, ihr müsst nicht lange warten. Denn Marvel hat tatsächlich einfach einen Werbespot herausgehauen, in dem sie einen neuen, exklusiven Look auf den Film anteasen. Das Ganze sogar mit einem Release-Termin. In diesem kleinen Werbespot wurde aber auch wirklich keine einzelne neue Szene uns enthüllt, sondern wirklich nur das Datum, an dem wirklich weitere Szenen gezeigt werden. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das bitte für ein Datum ist, der Tag, an dem wahrscheinlich ein neuer Black Widow-Trailer herauskommen wird, wäre der 13. Januar, was schon nicht mehr wirklich lange dauern wird. Genau in einer Woche haben wir einen neuen exklusiven Einblick, beziehungsweise einen neuen Trailer. Und wenn dies erscheinen sollte, erfährt ihr es natürlich als erstes auf dem Kanal. Also erwartet definitiv zwischen den 12. oder 14. ein Video, was sich wieder Black Widow widmen wird. Ich weiß, hier wurde der 13. genannt, aber ihr wisst ja, wegen der Zeitverschiebung werden wir es eben so gesehen etwas früher, beziehungsweise etwas später bekommen. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vergesst auch gar kein freien Abo dazulassen. Und über den Daumen nach oben würde ich mich auch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Freut euch morgen wieder auf ein neues Video. Morgen wird es mal Content geben außerhalb von Marvel. Und zwar wird es ein Video zu The Witcher geben, womit ich auch offiziell Content zu The Witcher auf den Kanal bringe. Und ja, das wäre es vom heutigen Video, Fans. Ihr wisst, wie es jetzt weitergeht. Lasst mir wie immer natürlich eure Meinung in den Kommentaren da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und ich würde dann mal sagen, Love you 3000. Und ich würde dann mal sagen,